Hi meine Freunde, ich bin immer noch flimpy, verrückt, oder? Willkommen zum weiteren Let's Play von meinem Tutorial für besonders hässliche Bauwerke. Ich habe wieder mal die Desktop-Musik vergessen, fällt mir gerade auf. Ist aber nicht schlimm. Ach genau, mein komisches Tutorial heißt Feed the Beast Infinity Evils. So, ich bin ehrlich, ich habe schon wieder vergessen zu gucken, was ich hier vorher machen wollte. Ist aber nicht schlimm. Ich würde mal spontan sagen, wir fuchsen uns doch schon irgendwie durch. Ich war aber so clever und habe auf die Uhr geguckt. Und kann den halben Weizen nicht abbauen. Und hier nochmal den Weizen. Ich weiß nicht, ob wir eine Folge ohne Gähnen. Aber heute habe ich Newton Grund. Ich bin vor 20 Minuten aufgestanden, weil ich habe heute Nachtdienst. In der Psychiatrie. Deswegen habe ich gerade nochmal geschlafen. Und darf jetzt gehen. Jeder, der sagt, ich darf nicht gehen. Der ist mir eigentlich ideal. Ich gähne trotzdem. Wenn man vom Gähnen spricht, muss man auch gleich schon gähnen. Das ist verrückt, oder? Ich unterdrücke den jetzt so lange, bis es passt. So lange, bis es passt. Dann wird es schon ja dunkel draußen. So, wir bräuchten einmal so ein paar Sachen, um zu gucken, wie wir das alles machen. Also, wir wollen uns ja immer noch den Ender Query bauen. Gehört. Jetzt ist nur gerade die Frage, was mich brennend interessieren würde. Wir gehen mal ins Dorf. Wir gehen mal ins Dorf und gucken mal, ob wir da... Hallo Hut. Ach, hallo Schwein. Nicht hallo Hut. Hallo Hut vom Schwein. Besser. Wir gehen mal ins Dorf und gucken mal, ob wir da irgendeinen NPC finden, mit dem wir eventuell einen tollen Handel machen können. Ach, hallo. Dann wird nicht besser. So, was willst du denn? Renn doch nicht weg, wenn ich mit dir reden will. Ist aber sehr cool eingerichtet. Also, übernehme ich. So, bleib mal stehen. Du gibst mir auch nochmal. Du machst ja zwei Sachen, glaube ich, ne? Nee. Gut, was ist mit dir? Neuen Gold gibst du mir ein Buch. Ich nenne ihn Thorsten. Umgedreht. Umgekehrt wird viel, viel geiler, weil dann würde ich ihn sofort einmauern, damit er nicht mehr weglaufen kann. Hier ist keiner drin. Auch keiner drin. Mal gucken, ob hier irgendwo ein NPC ist. Natürlich auch nicht. Ist das Dorf echt so winzig? Das ist ja mal echt bescheiden. Jetzt gibt es mir acht. Das ist doch nicht wahr. Hier ist noch ein NPC, wurde mir gesagt. Diamant für... Ja, braucht kein Schwein. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Normalerweise nicht immer eine Kiste in diesen komischen Dingern. Ich glaube, er verwechselt die Tür mal gerade. Oh, 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 oh. Na ja, ist ja nicht schlimm. So. Schade, Schokolade. Ich dachte, wir könnten uns jetzt ganz leicht zwei Smart ergaunern. Leider können wir das aber nicht. Es sei dann... Hier. Hat irgendwie noch andere NPC-Dörfer? Hier ist noch ein NPC-Dörfer. Ist das weit von mir entfernt? Ja. Jetzt lebt er gerade nicht. Da ist schon ein Stück von mir entfernt. Das ist schon... Wenn nicht hinlaufen wäre halt nur nicht lange. Zurück kann ich mich ja teleportieren ohne Probleme. Da ist noch ein Dorf. Und ein Schweizer. 5. Okay. Gehen wir mal wieder zurück. Zu unserem Heusseller. Hallo Schwein. Mit Hut. Aber kein Sombrero. Hier jetzt im Kopf... Bei jedem im Kopf bitte Sombrero. Also hier diese spanische Musik abspielen. Mit Trompeten und so. Und... Kastanietten. Heißen die glaube ich? Ich glaube die heißen Kastanietten. Die heißen... Njetten. Njetten. Kastan-Njetten. Gut. Wir gehen mal runter zu unserem Query. Mal gucken was der so schönes für uns hat. Ah leer. Nix. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Das ist genauso. Wenn man sagt... Probiert mal aus Leute. Setzt euch mal mit irgendwelchen Leuten in irgendeinen Bus. Oder wenn ihr Autofahrer seid. Mal ganz plump einfach rausfahren. Leute. Und wenn ihr jetzt nach links guckt... Könnt ihr rechts nicht sehen. Denkt mal drüber nach. Und wartet mal die Reaktion von euren Freunden ab. Meine haben mir gedacht, ich bin bescheuert. Hatten sie auch recht mit. So. Wir machen mal uns eben... 46 Weizen. Ja, ich müsste mir mal irgendwie hier so... Die Frage, die sich mir erstellt, ist, wie bin ich denn eigentlich an dieses komische... Ähm... Da angekommen nochmal. Ach, ich hab mich unterwegs geholt, genau. Oh, oh, oh. Entschuldigung. 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 Sagte ich schon Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist nicht mit Absicht. Also nicht bewusst. Üben übrigens, ich bin auch ein bewusster Esser. Warum? Ganz einfach. Bewusstlos kann ich nicht essen. Heik probiert. Ist semi geil. Wie viel hat denn der Reaktor überhaupt noch drinne? Ach, mehr als hier noch. Gehen wir nochmal runter. Ist jetzt eine mühsame Arbeit, immer mit einer Million runter zu gehen. Aber... Aber... Irgendwann zahlt sich diese Arbeit aus. Wenn wir tiefer sind mit der Ebene. Aber gut. Einmal pro Folge, einmal darunter. Finde ich... Ist okay. Kann man machen. Kann man machen. Husten. Und Alumite Also Alu ohne Mite Müsste ja gleich da auch schon Alumite rauskommen Dann können wir uns einen richtig fetten Tinkers Construct Hammer bauen Ach hier Axten haben wir ja schon Alles klar Dauert nur noch ich schätze drei Wochen Das haben wir uns den ersten Hammer leisten können Ähm genau Ich wollte mal einmal hier reingucken Wir bräuchten nämlich zwei geladene Zertus Quarze Dichtige heißen War hier nicht irgendwo Eine Schlucht in der Mitte Bei uns Irgendwie Morinas werden wir hier langlaufen Dann sollten wir auf irgendwas cooles treffen Auf irgendwas cooles Aber ich sollte vielleicht Essen mitnehmen Wäre vielleicht eine viel viel coolere Idee Wäre ja glaube ich die allercoolste Idee Naja 25 brauchen wir nicht Die schmeißen wir hier oben So Ich glaube wir nennen die Folge einfach Dass wir heute mal in der 18. Folge spazieren gehen 18. Folge Mann Was habt ihr euch damit nur angetan Ich weiß jetzt auch nicht ehrlich gesagt Ne Kuh Ne Kuh Ne Kuh Ne Kuh Ne Kuh Die Kuh Müssen wir auch noch züchten Ne Jetzt gehen wir noch 9 Minuten spazieren Für die Folge Und dann kriegen wir das super hin Klingt heute wahrscheinlich nicht so motiviert wie sonst Aber Ich habe gerade eben durch den Mittaglaufen gemacht Ich werde halt nicht jünger Ich bewege mich schon stramm auf die 26 zu Das geht nicht Wenn einige Zuschauer damit kommen wie Oh 26 Du bist noch 25 Du junge Küken Blablablu Ist richtig Aber ist mehr Ich betrachte sie mal Ich bin schon 4. Jahrhundert Jetzt beginnt nur noch Der körperliche Zerfall Und Ein Wolf Schon ewig kein Wolf mehr in dem Spiel Ganz zu schweigen Eine Katze Die letzte Katze hatte ich im Vanilla Stellt sich mir gerade die Frage Gibt es in dem Spiel In dem Mod überhaupt Katzen? Ups Oh mein fucking Gott Ein Mr. T-Hund Ein Mr. T-Hund Guck mich an Guck mich an Wenn ich mit dir rede Sparco Müssten uns schon gleich mal hinlegen Wir drücken nochmal auf J Wo sind wir? Oh wir wollten eigentlich hochlaufen Wir hatten eine Kamera auf dem Kopf Und das wäre zu lustig Wenn man das noch filmen könnte Stellt euch jetzt mal vor Also Stellt euch Also ich meine Stellt euch doch einfach mal vor Okay Ihr denkt also gerade nach Perfekt Ihr habt in dem Spiel Beim Stream Oder Irgendwelchen Aufnahmen Die ihr macht So ein kleiner Hund Mit der Kamera auf dem Kopf Der alles filmt Was ihr macht Man wäre das Peinlich So viel Failaufnahmen Wie bei mir denn Entstehen würden Junge Junge Sagte ich schon mal Junge Junge Wenn ich sag's nochmal Junge 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 Ich hab endlich Wie gesagt Keinen Bock Heute Nachtschicht zu machen Man arbeitet die ganze Nacht Und nicht den ganzen Tag Eisen Eisen Zin Zin Ich dachte das wäre Kuppa Ups Daneben gesprungen Aluminium Aluminium Hört sich an wie Minium Wie bei Sponche Bob Hashtag No Copyright Also Hashtag Copyright Nicht No Copyright Copyright Blümchen Müsste hier nicht Irgendwann Mal wieder So ein komisches Dörflein Kommen Verdammt Nochmal Ich hab mir gedacht Der restliche Folge Wird eine Spazierfolge Fuck Mal wieder J Mozimmer Hier Nice Nice Wie sie sehen Sehen sie echt nichts Okay Jetzt hier weiter rumzulaufen Drücken wir T Home Home Tada Magic attack So Alle klar Bleibt es nur eine Lösung Würde ich spontan behaupten Wir müssen uns jetzt Küchen besorgen Ja Nicht drauf springen Wir besorgen uns jetzt so nach und nach Kühe Die müssen aber ködern Ich hab nicht mal Platz Irgendwo für Kühe Fällt mir gerade auf Verdammt Nochmal Fuck So kurz brainstorming Leute Kurz brainstorming Wenn ich hier oben platt mache Könnt ich hier Kühe hinstellen Nice Heute brainstorming vorbei So der Platz hier reicht auf jeden Fall für ein paar Kühe Müssen wir nur den ganzen Kack hier abbauen Aber nicht schlimm Müssen wir alle hier wegbauen Wir können auch einfach die Folge spazieren und das plan Spazieren und planieren nennen Find ich gut Find ich echt gut So kann man es auf jeden Fall machen Spazieren und planieren Spazieren, planieren Wir werden heute spazieren Obwohl spazieren waren wir ja schon Wir werden nur noch planieren Wir werden nur noch planieren Wenn ich weiter meinen Kindern diese Welt zeige Werde ich sagen Seht ihr das? Das war alles früher noch nicht da Find ich gut Also ihr könnt das Kann man auf jeden Fall so mit seinen Kindern machen Kohle Kohle Wir haben noch mehr Kohle Hier machen wir jetzt mal so Weil es ist ja weniger Weniger Und ich kann Löcher nicht leiden Und sie mich glaube ich auch nicht Ist aber nicht schlimm Ich stecke da nicht drin Also jetzt nicht mehr Nice Mit den Special Effect Geräuschen geht es nämlich wesentlich schneller Kann euch jeder erzählen Also wird euch jeder bestätigen Dass es mit diesem Piu 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 Besser geht Viel viel besser Das macht doch mehr Spaß Piu 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 Oh Piu 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 Oh Piu 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 Nice Wir haben mal gleich auch schon Holz Sehr gut So Jetzt haben wir hier oben eine kleine Fläche Ja mit dieser Besseren Axt Werdet jetzt in Null Komma Nischt fertig gewesen Null Komma Nixe Null Komma Nixe Na 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 So Aber der Platz ist noch nicht groß hier noch sehe ich gerade Das habe ich im Urin Ich habe so einiges im Urin Meist irgendwelche Abfallprodukte Na super Da ist ein Loch Ich habe ein Loch in meiner Plattform Hashtag no Creeper Ich habe Wasser in meinem Loch Ich sollte echt auf mein Wortwahl achten Nicht cool Nicht cool So Aber Ich habe ja noch Erde Um dieses Loch zu stopfen Lassen wir so Ist mir jetzt relativ egal Wenn wir hier noch ein bisschen Erde rin Bis die Erde leer ist Und dann würde ich sagen Wir enden mit dieser Spazieren und Planieren Folge Spazieren Planieren Wir müssen heute spazieren Ich habe gerade gefallen An dem Lied Spazieren und Planieren Wie darf ich in dem Spiel machen Worauf ich Lust habe Ernsthaft So Jetzt machen wir mal hier noch ein bisschen Was von der R Von den ganzen Sachen weg Die keine Sau braucht Ich kann auch Rasenmäher Geräusche machen Ja mein Rasenmäher hört sich so an So Beweist mal das Gegenteil Ihr Penner Freuich nicht 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 So viel Ich hatte Knochen dabei Die hätte den Hund dressieren können Das ist nicht gut gewesen Aber gut So ihr wisst ja hier Abo Kack Kommi Like Und Hier Bananen Runden All klar